Namaste, schön, dass du da bist. In dieser Meditation begleite ich dich dabei, deinen Tag ganz bewusst und achtsam zu beginnen. Oft haben wir das Gefühl, das Leben passiert einfach und wir haben wenig Möglichkeiten, die Ereignisse des Tages zu beeinflussen. Doch wenn du dir jeden Morgen nur ein paar Minuten Zeit nimmst, um deine Gedanken in eine positive Richtung zu lenken, wirst du erleben, dass du bestimmst, wie dein Tag verläuft. Deine Gedanken erschaffen deine Realität. Mit Hilfe von positiven Affirmationen kannst du deine Gedanken gleich zu Beginn des Tages in die Richtung lenken, die du dir für dein Leben wünschst. Mit diesen Worten lass uns nun mit der Meditation beginnen. Komm in eine bequeme Sitzposition in deinem Bett, auf deiner Matte oder auf einem Kissen. Deine Hände liegen auf den Knien, deine Finger sind entspannt. Richte deine Wirbelsäule auf, senk dein Kinn und schließ deine Augen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Atme ganz tief ein durch die Nase und lang durch die Nase wieder aus. Noch einmal nimm einen tiefen Atemzug ein und lang und vollständig wieder aus. Komm dann zu deinem natürlichen Atemrhythmus und lass deinen Atem ganz sanft fließen. Und dann lass meine folgenden Worte einfach auf dein Unterbewusstsein wirken, dass ich dich aus der Meditation zurückhole. Ich bin ruhig und entspannt. Das Leben passiert für mich. Ich bin dankbar, dass ich einen weiteren wundervollen Tag erleben darf. Ich liebe meinen Körper und kümmere mich gut um ihn. Ich treffe gesunde Entscheidungen und ich behandle mich selbst liebevoll. Ich respektiere mich und gebe meinem Körper auf allen Ebenen, was er braucht. Ich strahle Liebe aus und Liebe erfüllt mein Leben. Jeder Tag ist eine neue Chance. Heute ist der erste Tag meiner Zukunft. Ich liebe und respektiere mich und treffe Entscheidungen, die mir gut tun. Ich bin liebevoll und sanftmütig und ich weiß, das Leben meint es gut mit mir. Ich liebe und akzeptiere die Menschen in meinem Leben so, wie sie sind. Ich lasse andere so sein, wie sie sind und liebe mich selbst genauso, wie ich bin. Ich vergebe mir dafür, nicht vollkommen zu sein. Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Alle Veränderungen, die vor mir liegen, sind positiv und geschehen nur zu meinem Besten. Ich bin sicher und geborgen. Ich vertraue dem Leben. Ich strahle Erfolg aus und bin bei allem, was ich tue, erfolgreich. Geld strömt mühelos in mein Leben. Ich verdiene das Beste und ich akzeptiere das Beste. Ich erlaube mir selbst, noch mehr Gutes vom Leben anzunehmen. Mein Potenzial ist grenzenlos. Ich erschaffe leicht und mühelos und befinde mich immer in Kontakt mit der Quelle meiner Kreativität. Ich bin sicher und bei allem, was ich tue, vollkommen erfüllt. Mein Herz ist offen und ich spreche liebevolle Worte aus. Liebe ist überall und ich freue mich über die Liebe, der ich jeden Tag begegne. Ich fühle mich in all meinen Beziehungen sicher und geborgen. Ich handle aus meinem liebenden Herz heraus und bin dankbar für die Liebe in meinem Leben. Ich gebe und empfange unendlich viel Liebe. Ich bin vollkommen von Liebe umgeben. Alles ist gut. Ich höre auf meine innere Stimme und vertraue meiner Intuition. Alles, was ich brauche, ist in mir. Alles, was ich brauche, ist in mir. Alles, was ich brauche, ist in mir. Und dann atme tief ein durch die Nase. Und lang wieder aus. Wunderbar, wie du mit jedem Atemzug immer wacher und klarer wirst. Regel und streck dich. Nun öffne ganz sanft deine Augen. Bring die Arme über die Seite nach oben, führ die Hände vor dem Herzen zusammen. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Namaste. Nu sformten Sie auf deine heed. Du bist schweig. Du bist schweig. Du bist schweig. Du bist schweig. Bist du bist schweig. Ich freue mich sehr, wenn du dich damit beледst. Vielen Dank.